Eins, zwei, hopsassa, drei, vier, hier kommt der Maja-Sprung. Das macht Riesenspaß, ja! Komm, Willi, wir hopsen. Och nö, Maja. Warum denn nicht, du Langweiler? Ja, ich muss später noch genug hopsen. Gleich kommt Frau Kassandra. Heute lernen wir nämlich den Tanz der Bienen hin. Den Tanz der Bienen? Hey, das klingt ja toll. Tanzen ist wunderbar. Ich liebe es zu tanzen. Und, nach dem Unterricht dürfen wir von den allerleckersten Blütenpollen naschen. Das finde ich das Beste. Ach so, deswegen kannst du es kaum abwarten. Der Tanz der Bienen? Der macht bestimmt viel Spaß. Zuerst tanzen wir und dann naschen wir, ja, Willi? Das klingt wirklich toll. Oh, ich freue mich schon darauf. Summdi, summdi, summdi. Summdi, summdi, summdi. Summ, das wird ein Giesenspaß. Haha! Eure Majestät, wir haben ein ernsthaftes Problem. Wir haben alles, wirklich alles versucht. Aber unsere Spurbienen finden fast keine Glockenblumen. Es sind so wenige, da lohnt es sich nicht, die Sammlerbienen loszuschicken. Ah ja, ich verstehe. Dann sollen alle Bienen ausschwärmen. Gut so, sehr schön. Weiter so. Nicht zurückbleiben, ihr Summchen. Komm, komm, keine Müdigkeit vorschützen. Gut, hier könnt ihr landen. Guten Tag, Willi. So, und jetzt stellt euch alle schön vor mir auf. Hallo, Frau Kassandra. Kann ich mitmachen? Natürlich. Ich bin sicher, dass du eine fabelhafte Bienentänzerin bist, Maya. Stell dich schnell in die Reihe. Hopp, hopp. Konzentration. Wir beginnen mit dem Rundtanz. Er zeigt, dass ihr in der Nähe einer Futterquelle seid. Macht das, was ich euch vormache. Und schon geht's los. Und eins, zwei, drei. Drei, zwei, eins. Dann versucht es mal. Ich möchte um etwas mehr Ruhe bitten. Nun kommt der Schwänzeltanz. Der zeigt, dass eine Futterquelle etwas weiter entfernt ist. Ihr müsst die Anzahl der Schritte genau zählen. Denn nur so wird klar, wie weit die Blumen entfernt sind. Wackelt mit eurem Körper und summt. Dann springt zweimal links herum. Nur wenn ihr richtig herum wackelt, wissen die anderen Bienen, wo sich die Blumen befinden. Und vergesst nicht zu wackeln. Rechts herum und summen. Und Maya, mach es bitte genau wie die anderen. Und eins, zwei, drei. Schön nach vorn. Vier, fünf, sechs. Niemand tanzt aus der Reihe. Auch nicht. Die Maya und das Ganze gleich nochmal. Und? Zum die dumm. Maya, der Bienentanz ist kein Spaß. Halbe Drehung nach rechts. Macht es genauso, wie ich es euch vorgemacht habe. Na kommt, und alle zusammen. Und eins, zwei, drei. Na los, Maya, halte dich an die Tanzschritte. Und vergiss bitte nicht zu summen. Mhm.